Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drackensang, das Auge der Göttin. Ja, wir haben hier Spinnen. Der furchtbaren Sorte. Weil die uns einfach umspeisen können. Wie nix Gutes. Und es dabei auch noch gut Schaden machen können. Bin ich? Ja. Hauen wir mal Tributos drauf. Die halten ja fünf Minuten. So. Lasst das mal vor Grimm machen. Ja! Alles klar. Zerritus. Zerritus. Auf. Das bin ich. So. Für Ardo. Gut, ich mach mal ein Quick Save, weil ich weiß nicht, ob da nicht große, böse Mama-Spinne hinten lauert, die übelst viel zu stark ist. Oh, und irgendjemand hat keine Munition gerade. Du hast noch. Du brauchst Bolzen. So. Okay. Erz, Erz. Spinnen-Eier. Spinnen wurde aktualisiert. Ja. Es sieht aus, als ob die Spinnen hier jede Menge Nester angelegt haben. Ich sollte sie zerstören, damit der Werfwuchs keine Gefahr mehr ist. Ja, und keine Ahnung, was mir das Erz bringt. Oh, ich hab's einfach im Inventar. Laulich schimmerndes Erz. Mhm. Wieder Spinnengift und Bewusstlos. Oh Gott, da ist Mama Spinne. Oh je, Mama Spinne kommt hierher. Mama Spinne sollten wir schnell ausschalten. Okay, Mama Spinne ist immun. Gegen Wunden. Okay, ich brauch hier dringend mal eine Heilung. Okay, er hat sich mit der Heilung erledigt. Lass das mal frei meiner Axt. Äh, ja. Jetzt müssen wir Beno hier heilen. Okay, ich hoffe, es sind nicht noch mehr von denen hier. Noch ein Spinnei und noch mehr Erz. Okay. Oh, und eine Smaragdspinne und eine kleine Smaragdspinne hier drüben. Oh, und hier ist noch eine Smaragdspinne und eine kleine Smaragdspinne. Attacke! Gut. Oh, und natürlich greifen sie die Smaragdspinne an. Ich versuch mein Bestes. Ah, alles klar. Vorax. Aufgepasst. So, Gwendala heilt ihn gleich. Okay, die Heilung kam in letzter Sekunde. Lass das mal vor, Grimm machen. Äh, muss das sein. Alles klar. Ja, Aldo. Oh, da kommt schon wieder eine große. Äh, wie viele sind denn das hier noch? Also, ja, ich hab drei gesehen, aber... Ich hoffe, es sind nicht mehr als drei. So, alle Buffs mal wieder erneuern. Quicksafe machen. Spinnenei, Erz. Noch ein Spinnenei. Kristall. Hallo, große Spinne. Bei meiner Axt. Mein Atem geht ruhig. Na klar. Zerritus. Zerritus. Axt. Eins. Die Spinne wird mich gleich umbringen. Also, Brenno hier gleich umbringen. Okay, das war zu spät. Ach ne, nicht nur die Kleine an Kissen, muss das sein. Ich versuch mein Bestes. Okay. Wieder die Heilung. Das bin ich. Die Zerritus. Dann lädt es noch einen Heizsauber hinterher. So, da ist auch noch eine kleine Spinne. Hm. Kristalle und Erz. Ah. Mir sind auf meinen Reisen interessante Kristalle und Erz in die Hände gefallen. Dafür muss es bestimmt einen Verwendungszweck geben. Meinen Kristallen bin ich mir nicht sicher, aber bei Erz sollte mir ein Schmied weiterhelfen können. Die besten Schmiede gibt es bei den Zwergen. Ich sollte also nach Morolosch reisen und mit Kurulax reden. Vielleicht kann er etwas mit meinen Funden anfangen. Mhm. Und ja, erstmal gehen wir dann da oben lang. Und ernsthaft? Da ist eine vierte. So, Quest Spinnen. Zerspüre die Spinnennester. Informiere die Holzfälle. Ich habe alle Spinnen und Nester zerstört. Ich sollte den Holzfällen Bescheid geben, dass sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Na, alle Spinnen sind noch nicht zerstört. Nur ihre Nester. Da oben ist noch eine Gro... Eine große und eine kleine. Locken wir mal die große an. Aufgepasst! Bei Angrosch spart! Vor allem die Werf... so verdammt schnell um, teilweise. Okay. Erduber, bleib weg. Ach, nee. Jetzt kommt die da auch noch an. Kannst du dich im Kampf heilen? Ja, kannst du. Aber das dauert dann, glaube ich, länger. Mann, Mann. Folgt mir, Candidus. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, ist ein ziemlicher Sadist. Ich meine, große Spinnen, die man nicht verwunden kann, wer kommt auf sowas? Und kleine Spinnen, die einen Instant vor den Beinen schlagen, ist auch nicht so schön. Ich meine, scheinbar ist da nicht mal ein Rettungswurf möglich. Die geben nicht mal Erfahrungspunkte. Ja, Spinnenbiss. Keine Parade möglich. Äh, ich habe da hinten was gehört. Ich muss ja noch Meister Akorium hier finden und ich sollte mal im Quick Save zwischendurch machen. Okay. Okay.